Und jetzt Thomas Florschütz mit Kevin Kuske. Tolle Startzeit im Ersten. 5.03, das ist wieder gut sogar eine Hundertstel besser als im Ersten. Da war er durchaus nah dran an Hefti, allerdings nicht an Überraschungsmann Mel Badis. Der war mit einer 4.96 sogar Startrekord gelaufen. Bisher eine gute Fahrt, er will angreifen. Er war der Beste in der Selektion der Deutschen. Deutlicher Vorsprung. Für ihn geht es nicht darum, diese Position zu halten. 4.10 der Vorsprung, das ist ein Angriff auf die vorderen Plätze. Ganz, ganz leichte Korrektur da in der Zufahrt auf die 10. Fast eine halbe Sekunde nun der Vorsprung auf die Monegassen. Und sogar noch ausgebaut im Ziel. 56, Hundertstel. Da ist er zufrieden. Das ist eine klasse Zeit. Das könnte vielleicht sogar die beste des Tages sein. Hochzufrieden. Toller Start mit Kevin Kuske, Thomas Florschütz und auch eine richtig gute Fahrt. Matthias Höpfner hier zu sehen und Renes Bies, die Co-Trainer des Bundestrainers. Etwas hoch, da ist zwar rausgekommen, aber insgesamt eine schnelle Linie. Und das sieht man auch am Tempo hier vor dem Labyrinth. 125 Stundenkilometer. Ja, jetzt werden sie hoffen auf einen Platz noch auf dem Treppchen der drei Besten. Thomas Florschütz. Wichse hoch? Oh, Giovanni.